Hallöchen und herzlich willkommen zu Defemorember, deiner täglichen Ephemera-Inspiration im Dezember. Heute an Tag 13 stehen die Begriffe Magazin oder Zeitung und Bellyband auf unserer Prompt-Liste. Ich denke, ich werde heute ein wenig tiefer in meine Trickkiste der simplen Junk-Journal-Tricks greifen müssen, um aus diesen Begriffen etwas Cooles herzustellen. Mein Name ist Luise Heinzel, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Junk-Journal-Art. Diese Dezember-Serie ist in Zusammenarbeit mit 49 Dragonflies entstanden und wir zeigen euch im Laufe dieses Monats einige simple Ephemera-Ideen, die ihr für eure eigenen Junk-Journals umsetzen könnt. Das heißt, schau auch bitte heute unbedingt bei 49 Dragonflies vorbei. Sie hat auch heute ein Video zu diesem Prompt und ich bin wirklich gespannt, was sie daraus gemacht hat, denn dieses Material ist wirklich richtig, richtig ätzend. Also um es ganz ehrlich zu sagen, ich hasse diese glänzenden Seiten aus solchen Magazinen und manchmal auch in so normalen Zeitschriften, also das hier ist jetzt so ein Vogue-Magazin, aber auch in so normalen Zeitschriften ist das Papier einfach so glänzend. Die Farben sind total ätzend teilweise. Wenn man das falten möchte zum Beispiel, dann reißt einem das manchmal ein. Lauter so Katastrophen. Aber der Film Remba bedeutet auch, ich mache etwas außerhalb meiner Komfortzone und benutze auch vielleicht Materialien, die mir normalerweise nicht so liegen oder die ich normalerweise nicht verwenden würde, weil verschiedenste Gründe können das sein. Deswegen habe ich heute mich hier tatsächlich entschieden, wirklich dieses Magazin zu verwenden und zu versuchen, aus diesen glänzenden Seiten zwei Bellybänder zu machen. Ich hätte auch den einfacheren Weg gehen können und einfach so ein mattes Tageszeitungspapier nehmen können, aber ich habe gedacht, nee, komm, jetzt versuchst du das einfach mal, vielleicht wäre das ganz cool. Und ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet ist dieses, was heute entstehen wird, eines meiner Favoriten-Ephemeras aus dieser kompletten Serie. Also mein Vorhaben, meine Mission, probier mal was Neues aus, hat durchaus funktioniert. Ich war mehr als überrascht, wie das später rausgekommen ist. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe hier einfach ein Abfallstückchen Papier genommen. Das ist etwas stärkeres Fotopapier. Auf der Rückseite ist irgendein Schrott, den ich nicht mehr brauche. Die Seite, also die kürzere, nein, wie sage ich jetzt? Also wenn ich das so umlege, ist die Höhe circa DIN-A5. Das brauche ich als Länge für mein vertikal stehendes Bellyband später. Man kann das natürlich auch horizontal machen. Dann nimmt man sich einfach ein Papier, was horizontal die richtige Breite für die Junk-Journal-Seite hat, die man dafür vorgesehen hat. Ich finde es ganz sinnvoll, wenn ihr das nachmachen wollt. Wenn ihr euch schon vorher die richtige Größe aussucht, dann hat man das ein bisschen leichter. Und auch mit den Schnipseln, die ich jetzt aufklebe, funktioniert das ein bisschen einfacher, als wenn man da später überlegen muss, wie groß schneide ich das jetzt. Ich habe mir jetzt hier bewusst schwarze Seiten ausgesucht, die teilweise so ein paar Farb-Highlights haben. Aber bewusst auch unterschiedlich schwarze Seiten. Das wird man jetzt gleich hier sehen, wenn ich das aufklebe. Jetzt nehme ich mir einfach einen Prittstift und streiche hier mal mein Basispapierchen großzügig damit ein. Und wenn ich diese Schnipsel jetzt aufklebe, dann versuche ich die so ein bisschen abzuwechseln. Also wie man sieht, der obere ist so eine, sagen wir mal, schwarz-bunte Seite gewesen. Und der untere ist eher so eine schwarz-mit-schwarz-weiß Seite gewesen. Also macht das Sinn? Sodass ich später auf dieser kleinen Collage möglichst nicht die gleichen Schnipsel von der gleichen Seite aneinander habe. Dann schaut das ein bisschen interessanter aus. Wobei ich aber auch zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht wusste, was wird das Ganze überhaupt? Also was wird daraus? Wie wird das später aussehen? Aber ist trotzdem ein ganz guter Trick, das so ein bisschen abwechselnd zu kleben. Das Muster, was da später entstehen wird, schaut dann wesentlich interessanter aus. Dann schneide ich jetzt hier einfach die Überschüsse ab. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich wirklich ein rechteckiges Bellyband haben möchte. Wenn du jetzt da eher so der Voll-Grunge-Typ bist, dann kannst du das natürlich auch da an den Seiten so überstehen lassen. Schaut mit Sicherheit auch nicht schlecht aus. Dann verwende ich hier diesen 3D-Embossing-Folder. Den habe ich mal geschenkt bekommen von einer ganz, ganz lieben Zuschauerin aus Amerika. Ich bin total begeistert von diesem 3D-Ding. Das embosst jetzt sozusagen in verschiedenen Stufen. Also so ein normaler Embossing-Folder, der hat ja eigentlich zwei Ebenen, in Anführungsstrichen, nur. Dieser hier hat aber mehrere so Ebenen. Und das schaut richtig genial aus. Und da habe ich jetzt einfach dieses Teil genommen und das da reingesteckt und einmal embosst. So, als nächstes werde ich mir jetzt die Breite meines Bellybands überlegen und dieses Stück Papier hier in zwei Stücke schneiden. Jetzt ist das Problem, dass dieser Embossing-Folder natürlich wesentlich kleiner ist als diese Collage, die ich hier gemacht habe. Das heißt also, man muss jetzt beim Schneiden so ein bisschen überlegen, was möchte ich später noch damit tun. Dieser Rand hier zum Beispiel, der schaut natürlich nicht, wer weiß, wie edel aus. Also man sieht halt einfach, dass da der Folder zu Ende war. Äh, finde ich jetzt nicht so geil. Falls du dir jetzt denkst, boah, shitty, shitty, ich habe hier keine so eine Embossing-Maschine, dann könntest du alternativ auch dir die Mühe geben und einen, zum Beispiel eine Schüssel oder ein Tablett mit so einem Muster drauf. Zum Beispiel, es gibt doch von Oma da diese Glasschalen oder so Schüsselchen, die so ein Muster drauf, also nicht Muster, sondern so ein erhabenes, wie sagt man denn da? So eine erhabene Struktur haben. Ähm, wenn du dein Papier ein bisschen nass machst und das auf so einen strukturierten Teller oder so legst oder so ein Tablett, dann kannst du mit der Rückseite einer Schere oder mit so einem Dotting-Tool auch die Struktur, äh, erreichen, eine ähnliche emboste Struktur, wie du hier hast, ähm, wie ich jetzt hier habe. Da kannst du einfach mit dem Dotting-Tool so durchfahren und dann mühselig dieses Muster so abrubbeln. Das funktioniert auch. Hier hätten wir mal einen nächsten Buchstaben für das Gewinnspiel. Alle Informationen zum Gewinnspiel befinden sich auch unten in der Infobox. Falls du hier vielleicht neu bist, könntest du mal unten schauen. Da findest du alles, ähm, was du über das Gewinnspiel wissen musst. Du kannst immer noch teilnehmen. Dieses Gewinnspiel geht bis zum 25.12. Als nächstes verwende ich etwas Gilding Wax. Und bevor ich das tue, sag ich noch, ähm, wenn du zum Beispiel so Herbstblätter hast oder Münzen oder irgendwas anderes, was eine coole Struktur hat, dann könntest du tatsächlich auch, äh, deine Collage da drauflegen und mit irgendwas so rüberrubbeln, mit einem Bone-Folder oder mit irgendeinem stumpfen Gegenstand vorsichtig rüberrubbeln, so wie man das früher im Kindergarten mit Bleistift und, ähm, Baumrinde oder Baumblättern oder so gemacht hat. Dann könntest du auch einen ähnlichen Effekt erreichen. Selbstverständlich nicht ganz so stark wie mit diesem 3D-Embossing-Folder. Aber das würde auch funktionieren. Und dann könntest du tatsächlich auch im nächsten Schritt, warum sage ich eigentlich heute dauernd tatsächlich, du könntest dann auch im nächsten Schritt dieses Gilding Wax benutzen und damit, ähm, die Struktur, die du vorher erschaffen hast, äh, herausholen und mehr sichtbar machen. Dieser Effekt, ähm, als ich das gedreht habe, ich habe dieses Video ursprünglich auf Englisch gedreht und ich mache jetzt das deutsche Voice-Over. Das heißt, ich weiß schon, was hier passiert und ich kann euch nicht mehr, ähm, meine Originalreaktion und Überraschung über diesen Effekt mitteilen, weil ich bin kein Schauspieler, ja. Aber, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, meine Fresse, also ganz ehrlich, ne, so unter uns gesagt, das war so ein krasser Wow-Effekt. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Das ist ja sicherlich auch Geschmackssache mit dem Gold und so. Aber ich hätte nie im Leben geglaubt, dass das so funktioniert. Ähm, als ich diesen Gilding Wax geschenkt bekommen habe, ehrlich, habe ich zuerst gedacht, uiuiuiui, soll ich jetzt wirklich Gold verwenden? Äh, ist schon längere Zeit her, dass ich den habe. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich das das erste Mal ausprobiert habe. Ich glaube, das war damals bei meinem Briefmarkenalbum, was ich mir selber gebastelt habe. Äh, und seitdem verwende ich das, ich will jetzt nicht sagen überall, aber sehr, sehr häufig. Und es hat einfach einen richtig genialen Effekt. Die, ähm, der ursprüngliche Glanz dieser Magazinseiten und auch diese etwas hässlichen Farben ergeben plötzlich ein Gesamtbild, was mir auf einmal gefällt. Also, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Aber ich finde, ähm, für sowas eignen sich solche Magazinseiten hervorragend, weil man die einfach später nicht mehr so sieht. Und dieses Muster ist trotzdem total interessant. Jetzt habe ich allerdings hier das Problem, dass ich nach wie vor diese Kante von meinem Embossing-Folder hier habe, die ich natürlich da nicht sehen will. Das schaut ja total so aus, als wenn ich keine Ahnung hätte, wie man das macht. Oder als wenn ich schon vorher das irgendwie zu groß geschnitten hätte oder so. ne, das schaut ja ein bisschen stümpehaft aus. Deswegen, ähm, habe ich mir jetzt zwei Dinge überlegt. Diesen unteren Bereich hier möchte ich vertuschen mit einer kleinen Tasche, ähm, sodass man da später noch einen mini kleinen Tag reinstecken kann. Und an der Seite werde ich mir später auch noch was überlegen, wie ich das machen kann. Hierfür nehme ich jetzt einfach so ein ganz normales Scrapbooking-Papier. Aber, weil diese Schnipsel hier so ein bisschen hochstehen, klebe ich da vorher etwas drüber, sodass das auch unten ein bisschen stabiler wird. So ein Bellyband, also, ne, so ein Bauchband, Banderole heißt das ja eigentlich, wird ja nur oben und unten später festgeklebt, an den kurzen Seiten, ähm, beziehungsweise, wenn man es quer macht, links und rechts. Das heißt also, dieses Material muss schon relativ stabil sein, gerade auch im unteren Bereich, weil, wenn du da ein Foto hintersteckst und das rutscht nach unten, willst du nicht, dass dir das da unten abreißt. Das wäre blöd. Deswegen klebe ich hier einfach ein Stück Buchseite drüber und während ich das tue, zeige ich dir hier die nächsten Buchstaben für das Gewinnspiel, hier aus meiner Schnipselkiste. Dieser hier. Äh, ja, hier habe ich jetzt nicht nur eine glatte Fläche, hinter der, also in der Tasche sozusagen, ähm, sondern es wird auch gleichzeitig etwas stabiler da unten und, ähm, dann kann ich danach mein Täschchen da drauf kleben. Das rechne ich jetzt hier Pi mal Auge, ne, mit meinem Augenlineal, messe ich das ab. Ich habe mir natürlich da so eine kleine, so eine kleine Markierung gemacht, dann habe ich das einfach mit der Schneidemaschine geschnitten und jetzt, ähm, klebe ich das an drei Seiten einfach fest, sodass oben eine Öffnung entsteht und, ähm, da habe ich doch wohl auch noch so ein kleines Loch reingestanzt, ja genau, so ein halbes kleines Loch, damit man da, ähm, das, was man da reinstecken will, leichter rein und raus kriegt und das auch in leerem Zustand eher nach einer Tasche aussieht. Ich finde das immer ganz hübsch, wenn man da oben so eine kleine Öffnung noch hat. Ähm, in Kombination mit diesem etwas weihnachtlich-rustikal aussehenden Papier finde ich das eigentlich noch genialer als vorher, weil, äh, dieses Braune, das Gold, das passt total schön zusammen. Braun und Schwarz ist eher so eine ungewöhnliche Farbkombination, wo man so denkt, huh, was ist das denn jetzt? Dadurch wirkt es ein bisschen Patchwork-mäßig für mich, auch wenn es jetzt nur zwei Teile in dem Sinne sind, das Scrapbooking-Papier und das Emboste-Papier. Aber, ähm, was ich damit sagen will, probiert mal auch ruhig so Kontraste aus. Also, ähm, ich habe festgestellt, manchmal, da muss man einfach nur drei, vier so Lieblingspapiere nehmen, auch wenn die total unterschiedlich sind. Und dann packt man die zusammen und plötzlich passt das irgendwie zusammen. Ähm, ein bisschen Distressen, ein bisschen vielleicht Gold, ein bisschen vielleicht so kleine Tricks machen, wie ich es schon gesagt habe, in die Trickkiste der simplen Junk-Journal-Tricks greifen und schon passt alles hinterher zusammen. Und so kann man natürlich auch ganz gut so kleine Überbleibsel, Schnipselreste und so weiter verwerten. Hier hätten wir noch einen Buchstaben für das Gewinnspiel. Falls du vorgespult hast und nichts mitgekriegt hast, die Informationen zum Gewinnspiel sind unten in der Infobox. Hier habe ich jetzt so ein kleines Stückchen relativ alte Spitze gefunden, wo ich denke, das könnte doch wohl nicht schlecht sein, wenn man das verwendet, um diesen komischen Streifen da an der Seite ein bisschen zu vertuschen. Hier ist mir das jetzt ein bisschen zu breit. Deshalb versuche ich das jetzt durchzureißen. Ich hatte ja ein bisschen Angst, weil das Teil schon so alt ist, aber es hat sich relativ leicht reißen lassen. Manche so ganz alte Spitzenmaterialien, die reißen zwar, aber manchmal schief oder manchmal auch in so total komischen welligen Linien. Deswegen war ich ganz froh, dass das hier so gerade gerissen ist, denn ich wollte tatsächlich einfach nur diesen Streifen hier haben. Dieser deckt mir jetzt genau dieses Unschöne von dem Embossingrand ab und das andere Teil möchte ich hier so von oben so runterhängen lassen. Und als ich das da dran geklebt habe und mir das so angeguckt habe, wie das jetzt letztendlich so wirkt, habe ich gedacht, so was, so ein Bellyband könnte auch eine schöne Sache sein für ein Hochzeitsbuch oder für ein Gästebuch zur Hochzeit. Vielleicht sogar mit einem Originalstück vom Schleier der Braut oder so. Manchmal macht man da ja so seltsame Traditionen, ich weiß nicht, ich kenne mich mit sowas nicht aus, aber die rennen da ja manchmal so hin und zerrupfen da so den Schleier und so aus irgendwelchen ominösen Gründen. Wenn man sowas nähme zum Beispiel und würde das dann da so dran kleben, das wäre doch irgendwie eine coole Erinnerung. Also, wenn man jetzt ein Gästebuch macht, das benutzt man ja im Regelfall an der Hochzeit selbst, Entschuldigung, dann hat man noch kein Stückchen vom Schleier. Aber vielleicht könnte man auch da das so ein bisschen flexibel lassen und später sowas da einkleben. Oder wenn man ein Journal zur Hochzeit verschenkt, dann könnte man ja auch den Brautleuten so kleine Notizen oder sowas da reinmachen, was sie da noch in dem Journal gestalten können. Die meisten Leute, die Junk-Journals geschenkt bekommen, sind ja keine Junk-Journaler selbst so und brauchen dann mal so ein bisschen Anleitung, wie man so ein Journal verwenden kann. Und irgendwie mit diesem Gold und diesem in Anführungsstrichen Schleier da dran, finde ich, passt das total schön zusammen. Das Täschchen da unten könnte man dann natürlich auch noch in der Farbe der Hochzeit zum Beispiel gestalten. Viele haben ja da so ein Farbthema. Ja, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Ich denke mal, ihr habt ungefähr verstanden, worauf ich hinaus will. Hier oben möchte ich jetzt gerne das irgendwie noch so ein bisschen befestigen, denn ich habe das ja jetzt einfach nur so umgeschlagen. Dieses längere Stück Spitze ist ja oben einfach nur so umgeschlagen. Das schaut mir da ein bisschen kahl aus und ich möchte auch nicht, dass das da vorne so umeinander fluddert irgendwie. Deswegen denke ich mir, man könnte hier oben noch so einen kleinen Stoff-Schnuppi dran machen. Den würde ich jetzt im Regelfall, wenn das ein Tag wäre, so nach hinten umklappen so und dann festtackern. Jetzt habe ich da erstmal relativ lange überlegt, wie ich das machen soll, weil diese Rückseite von diesem Bellyband, die werde ich ja später benutzen müssen, um das zu kleben. Jetzt ist das aber embossed und noch in diesem extremen 3D-Dings embossed. Das heißt, hier oben bei dieser Klebefläche ist es so rubbelig, dass der Kleber wahrscheinlich nicht vernünftig halten wird oder ich müsste an der Stelle das mit meinem Finger irgendwie so platt drücken, das Muster von diesem Papier und das will ich natürlich nicht. Es spricht aber auch nichts dagegen, das nicht so nach hinten umzuklappen, sondern das einfach so nach oben rausstehen zu lassen. Ist mir dann mal so plötzlich ins Hirn geschossen, dass man das ja auch so machen könnte, denn das hintere sieht man ja sowieso nicht. Ja, also ist ja Quatsch, das nach hinten umzukleben. Das macht ja nur Sinn, wenn es zum Beispiel ein Tag oder ein Lesezeichen oder sowas ist, wo man die Rückseite dann auch noch bewusst sieht. Entschuldigt bitte die Geräusche, die im Hintergrund zu hören sind, falls ihr irgendwas hört. Das ist der Mann, der draußen gerade an meiner Baustelle etwas umeinander sägt. Ich habe hier einen Teil meiner Campinghütte abgerissen und wir bauen das gerade neu wieder auf und es lässt sie leider nicht vermeiden, dass hier ab und zu solche Baustellengeräusche sind. Ich hoffe, das ist nicht zu nervtötend für euch. Entschuldigung. Was machen wir jetzt? Machen wir das bei dem zweiten auch noch, oder? Was tue ich denn hier? Also manchmal ist das gar nicht so einfach, so ein Voice-Over über so ein Video zu machen, weil man ja manchmal nicht mehr genau weiß, was man da als nächstes getan hat. Was rede ich denn hier? Was rede ich denn hier? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls nehme ich jetzt dieses Ding hier und tue das bei dem anderen Bellyband auch noch dran und ach so, jetzt fällt mir das ein, was ich da gesagt habe, wenn das eine festgeklebt ist, also die eine Hälfte von dieser Spitze und das andere nicht, dann finde ich das total schön, wenn man da zum Beispiel irgendwas schreibt oder so, da hat man da so was zum Spielen und so zum Anfassen, also so ein Mix aus verschiedenen Materialien ist für mich das, was Junk Journaling und insbesondere Junk Journal Ephemera interessant macht. Ja, so. Diese Tasche kann man jetzt verwenden, um zum Beispiel einen kleinen Tag oder sowas reinzustecken. Diesen zeige ich euch natürlich in diesem Video nicht, weil das war ja nicht Aufgabe hier, ne, von unserer Liste. Es war ja nur das Bellyband sozusagen die Aufgabe, aber da kann man natürlich jetzt reinstecken, was man möchte, kleine Zettelchen oder sonst irgendwas. Wenn du Anfänger bist, ein kleiner Tipp von mir, lass dieses bitte gut trocknen, bevor du etwas in die Tasche reinsteckst. Auch wenn der Kleber einen bereits trockenen Eindruck macht, kann es passieren, dass du den Tag reinsteckst und dann bleibt er dir in der Tasche stecken. Das ist mir am Anfang total oft passiert, dass das geklebt hat einfach, oder? Also ich lasse das immer grundsätzlich mehrere Stunden trocknen, dass mir das nicht passieren kann. Und hier zeige ich euch jetzt noch anhand dieses Magazins, wie das aussehen könnte, wenn das auf einer Seite drauf ist. Also stellt euch bitte vor, das wäre eine Junk Journal Seite. Aber ich finde auch auf diesem Papier schaut es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Vielleicht komme ich sogar auf die Idee und reiße eine Magazinseite da raus und klebe die auf meine Junk Journal Seite als tatsächlich Hintergrund für dieses Bellyband. Wenn man das oben und unten festgeklebt hat an den jeweils kurzen Seiten, dann kann man jetzt hier so eine kleine Buchseite oder ein Foto, ein Brief, irgendetwas dahinter klemmen, was dort aufbewahrt wird. So ein Bellyband ist auch immer eine gute Möglichkeit für so versteckte Schreibplätze, wo man Dinge aufschreiben möchte, die nicht jeder sofort sehen soll, der vielleicht mal durch Zufall durch dieses Journal blättert, was du dir da gebastelt hast. Ja, hier haben wir es jetzt auch schon, ne? Was ist das hier mal so? Falls du irgendwie mitten ins Video gesprungen bist, sage ich es jetzt hier nochmal, dass du das nicht vergisst, ne? Ich weiß ja, Junk Journaler, die sind alle so ein bisschen vergesslich, da schließe ich mich nicht aus. Nur ein bisschen Gaga sind wir alle. vergesst bitte nicht auf den Kanal von 49 Dragonflies zu schauen. Sie hat heute auch ein Video veröffentlicht zu dem heutigen Prompt Magazin oder Zeitung und Bellyband. Ich bin sehr gespannt, was sie sich da ausgedacht hat. Vielleicht findest du da noch weitere Ideen. Ihre Videos sind alle auf Englisch, aber ich denke mal, selbst wenn du kein Englisch verstehst oder dir das nicht anhören kannst, es gibt ja Leute, die kriegen Gänsehaut, wenn sie Englisch hören, mach einfach den Ton aus und schau dir das trotzdem an, weil die Frau hat einfach geniale Ideen und als wir das hier so zusammen ausgetüftelt haben, habe ich schon festgestellt, das war eine richtig geniale Idee, das zu machen. Das macht nämlich riesig Spaß. Ich hoffe, es wird dir genauso gehen, wenn du das eine oder andere von dieser Serie hier ausprobierst und nachmachst. Wenn du etwas auf Instagram oder so teilen möchtest, verwende bitte den Hashtag Defamorember und ich hoffe natürlich, wir sehen uns morgen wieder mit einer weiteren Idee von unserer Liste. Bis dahin, bleib kreativ, Tschüssi Kowski! Tschüssi Kowski!